Hallo Barry Kosky, Intendant und Chefregisseur der Komische Oper Berlin. In den letzten paar Monaten sind wir unglaublich beschäftigt mit diesem fantastischen Thema über was sollte unser Neubau sein in der Glinkelstraße, was sollte die Zukunft der Komische Oper Berlin. Wir haben 63 unglaubliche, breite, vielfältige Entwürfe gesehen von der ganzen Welt und ich bin so froh, dass der Sieger Kader Wittfeld hat ein Gebäude konzipiert und eine Vision gehabt, dass eigentlich ist ein komplett Match mit meiner Ideen und meinen Visionen über was ein Neubau sein sollte. Was ist wichtig für mich und was ist wichtig für die Komische Oper ist, dass wir sind ein einzigartiges Haus. Wir haben einen 19 Jahrhunderten Zuschauerraum, ein 20 Jahrhunderten DDR-Fassade und die Möglichkeit, ein Gebäude für die 21 zu bauen. Das bedeutet, wir spielen mit drei Jahrhunderten. Das ist sehr, sehr wichtig, nicht nur für das Gebäude, aber auch für die Geschichte der Komische Oper Berlin. Zweitens, die Komische Oper ist ein einzigartiges Haus. Wir sind das einzige Open-Haus in der ganzen Welt etabliert von einem Theaterregisseur. Es ist ein Laboratorium für Musiktheater und es war sehr wichtig für mich, dass diese neue Gebäude sollte die Identität, die Vielfältigkeit, die Diversity und auch die unglaublich Chameleon-Metamorphosis- Qualität von der Komische Oper richtig in ein Gebäude irgendwo spielen. Und das dritte Kriterium ist, dass wir brauchen in der 21 Jahre einen richtigen, komplizierten, wunderbar offenen Dialog mit unseren Zuschauern. Die Künstler und die Künstlerin und die Zuschauer von Berlin und die Touristen und die internationalen Zuschauer muss in diesen Gebäuden ein Gefühl haben, dass alles ist möglich und sie haben alle ein Eingangspunkt oder ein Eingangstor in unsere Institution. Diese drei Kriterien waren sehr wichtig für mich und Cade Wittfeld, unser Sieger, hat diese drei Kriterien fantastisch in die Welt gebracht. Es freut mich auch, dass so viel Kollaboration zwischen so vielen Menschen in Berlin war möglich war. Die Komische Oper, die Bauabteilung von der Stadt Berlin, die ganze technische Mannschaft und Abteilungen hat richtig, richtig große Arbeit gemacht. Vielen Dank für diese Arbeit und es freut mich, dass in dieser schweren Zeit, in der Mitte von dieser Gesundheitskrise, wir haben ein Licht am Ende des Tunnels und das ist dieser wunderbare Projekt. Das wird die Sicherheit und die Zukunft von der Komische Oper absolut sichern mit einem großen, wunderbaren, neuen Bau für Berlin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.